Hallo liebe SVS-Fans, hier ist euer Mario Engels. Ich freue mich wieder in der zweiten Liga zu sein. Ich habe jetzt zwei Jahre lang in Holland gespielt bei Roderker gerade. Und ja, hier im Stadion habe ich auch schon gespielt. Ich freue mich sehr darauf nächstes Jahr. Ich spiele offensiv, links oder als zweiter Stürmer. Und ja, hoffentlich werde ich viele Tore oder viele Vorlagen machen. Bis dann!